Hier sehen wir den Flug Atlantis. Das könnte ein Apartment sein, könnte auch ein Modell sein. Könnte auch ein Time-Sharing-Objekt sein. Das kann alles sein. Er hat direkten Zugang, wo man hochfahren kann, direkt auf der linken Route. Und hier gegenüber sind dann die schönen Wellen dann auch direkt gelegen. Super schöne Geburt hier. Naja, wir werden jetzt mal fahren.